Vor 40 Jahren war der Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion um die Mondlandung im vollen Gange. Die Amerikaner hatten nach dem Mercury-Programm gerade das Gemini-Programm am Laufen. Das waren 10 Missionen, die hier im Wikipedia beschrieben sind. So einen Start, also der ganze Startvorgang bis und mit Umlaufbahn, habe ich gestern modelliert. Das will ich kurz vorstellen. Die Daten habe ich einerseits aus dem englischsprachigen Wikipedia, also hier zur Titan-2-Rakete. Das ist die Trägerrakete, die eingesetzt worden ist. Andererseits habe ich die Daten aus dem Buch von Bernd Leitenberger, US-Trägerraketen. Da steht noch ein bisschen Hintergrundinformation. Da hat man die Massen für die erste Stufe, für die zweite Stufe und dann hier vor allem der zeitliche Ablauf, was hier alles passiert. Für mich entscheidend war, Start und Stopp des Neigeprogramm, also wann beginnt die Rakete abzudrehen. Beim spezifischen Impuls der ersten Stufe im Vakuum habe ich noch ein Fragezeichen. Dieser Wert hier, der widerspricht dem englischsprachigen Wikipedia. Und wenn ich diesen Wert verwende, dann bringe ich die Rakete gar nicht hoch. Zum Modell, also da habe ich noch eine barometrische Höhenformel gebraucht für die Dichte der Luft. Ich habe diese Formel aus dem Systemphysik-Wiki genommen, nämlich für die isentrope, trockene Atmosphäre. Das heisst, ich habe diese Formel umgerechnet auf die Dichte. Modelliert habe ich in der Äquatorialebene, damit es ein bisschen einfacher ist. Dann habe ich hier die X-Impuls-Bilanz, die Y-Impuls-Bilanz mit der verallgemeinerten Gravitationskraft, also Gravitation, Zentrifugal- und Corioliskraft zusammengefasst. Das sieht dann etwa so aus. Also hier Gravitationswirkung einer kugelförmigen Massenverteilung. Dann hier die Zentrifugalkraft und hier die Corioliskraft, natürlich immer zusammen mit der Masse. Und das für die X-Komponente, hier natürlich für die Y-Komponente. Dann der Luftwiderstand. Da habe ich die klassische Formel genommen. Nur für den CW-Wert, also den Widerstandsbeiwert, habe ich einfach eins gesetzt. Ich habe also hier kein komplexes Modell gemacht mit Unterschall, Schallmauer und Überschall. Das könnte man noch einbauen, aber der Einfluss ist nicht allzu gross. Dann habe ich hier die Massenbilanz. Und aus der Massenbilanz herausrechne ich dann den konvektiven Impulsstrom im Betrag. Und dann führe ich einen Winkel ein gegenüber dem erdfesten Koordinatensystem. Und mit diesem Winkel kann ich dann die X- und die Y-Komponente rechnen. Also hier drin steckt vor allem dann das Abdrehen nach 23 Sekunden. Dann hier wieder Impuls durch Masse gibt Geschwindigkeit und da rechne ich den Ort in X und Y-Richtung. Das Modell ist nicht allzu komplex. Und in den Globals habe ich dann all diese Werte hinterlegt, die ich gebraucht habe. Vor allem die verschiedenen Massen und die verschiedenen Zeiten. Also hier Stufe 1, dann Abwurf, dann Stufe 2 und hier Anfang und Ende für die Drehung. Das Modell ist sehr sensitiv. Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Wir haben hier die Umlaufbahn. Also hier ist der Start und dann geht es etwa dreimal rum. Und es ist praktisch ein Kreis. Also eine leichte Ellipse habe ich bekommen. Aber von der Erde aus ist es ja dann keine Ellipse, weil die Erde rotiert. Deshalb liegen die Bahnen nicht übereinander. Dann, was ich noch zeigen kann, ist der Winkel. Also hier 0, also das heisst in X-Richtung fliegt die Rakete. Dann hier das Drehen. Also ich habe einfach ein lineares Drehen gemacht. Also ein Drehen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit bis Pi halbe. Ich müsste eigentlich ein bisschen mehr drehen als Pi halbe. Deshalb bekomme ich ja keinen schönen Kreis. Dann hier noch den Massenstrom 1. Dann der Massenstrom 2. Und dann der Abwurf dazwischen. Ja, da habe ich dann noch die Höhe über Boden gerechnet. Die brauche ich ja für die Dichte der Luft. Also der höchste Punkt liegt etwa 470 Kilometer über der Erde und der tiefste etwa gut 100 Kilometer über der Erde. Das stimmt natürlich nicht genau überein mit den Missionen von Gemini. Zurück zur Umlaufbahn. Ich möchte jetzt zeigen, wie sensitiv dieses Modell ist. Wenn ich jetzt also hier auf 143 Sekunden gehe, dann führt das hier zu einem Absturz. Wenn ich die Drehzeit verlängere auf 149 Sekunden, dann führt das auch zu einem Absturz. Das heißt, nur da dazwischen gibt es stabile Umlaufbahnen. Natürlich entspricht diese Zeit nicht ganz der Realität. Aber das liegt daran, dass ich ein relativ einfaches Modell gemacht habe, ohne irgendwelche Regelung drin. Dann gehen wir zurück zur vollen schönen Umlaufbahn. Ich kann hier noch den Einfluss der Nutzlast zeigen. Also Batch ran. Nutzlast ist 7 Tonnen. Jetzt variere ich die zwischen 6 und 7 Tonnen. Ich muss für dreimal rechnen. Und da sieht man, wie sensitiv auch die Bahn ist in Bezug auf die Endmasse, die dann in der Umlaufbahn ist. Also wenn ich die Nutzlast, ist mehr als die Nutzlast. Die zweite Stufe ist hier noch mitgerechnet. Soweit zum Modell. Also man kann hier schon sehr, sehr schön spielen und gewisse Parameter anschauen auf Sensitivität. Vor allem kann man staunen, ob diese grossen Leistungen, die diese Ingenieure damals gemacht haben, praktisch ohne verfügbare Computer. Nun heute, 40 Jahre später, kann man so etwas 2-3 Stunden selber modellieren. Und man lernt dabei sehr viel Physik. Wir haben hier ja barometrische Höhenformen, Impulsbilanz, Massenbilanz, dann konvektiver Impulstransport und so weiter. Also ich könnte jetzt noch die Energie modellieren. Das hat mich jetzt speziell nicht interessiert. Ich habe dieses Modell oder solche Modelle vor 8 Jahren mit den Studierenden im Studiengang Aviatik gemacht. Im Rahmen einer Projektarbeit. Und nach etwa 3 Wochen waren alle ziemlich verzweifelt, weil sie keine stabile Umlaufbahn erreicht hatten. Ich musste dann da ein bisschen suchen helfen. Man lernt dabei sehr, sehr viel über Physik. Also es sind wirklich die Grundlagen der Mechanik, die man hier kennen und beherrschen muss. Und man lernt dann auch diese Zusammenhänge. Und nur ein Fehler, sei es nur ein Vorzeichenfehler, wirkt sich dann fatal aus. Deshalb empfehle ich allen jungen Physiklehrern, steigt ein in diese Modellierungstechnik. Da könnt ihr etwas bieten, was neu ist und was pädagogisch wertvoll ist. Und dann lässt sich das Ganze bedroht. Danke.